Wenn man die Plattfische erst einmal auf der Ostsee lokalisiert hat, dann kann man eine richtig geile Angelei erleben. Ich bekam wirklich im Minutentakt Bisse und konnte richtig Kapitale, Schollen und Flundern landen, die sich übrigens auch sehr, sehr gut für die Küche eignen. Eigentlich wollte ich mit meinem Blinker dann auch ein paar Makrelen fangen, allerdings waren die Makrelen noch nicht da und ich hatte richtig Glück, ich bekam stattdessen eine Meerforelle drauf. Die war allerdings noch zu klein, also musste ich die wieder freilassen. Volles Video dazu gibt's auf meinem YouTube-Kanal.